Herzlich Willkommen zurück zu deinem Let's Play Gear of War 4 Weiterhin mit meiner Wenigkeit Glabur So, wir sind hier gleich wieder volle Pulle in Action Ich musste aber jetzt erstmal gerade, oh, ja, 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 ja Kletter mal auf mich drauf, du notgeiler Bock, hä? Bist du schon wieder notgeil oder weswegen bist du auf mich drauf geklettert, hä? Ja, 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 ja Ja, 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 immer klettert ihr auf mich drauf und wollt an meinen Penis Ja, ja, piss dich Bist doch ekelig bist du Ja, ja, verschwinde, lass das Jawoll, Nummer 1 haben wir zerlegt Ganz easy haben wir dich zerlegt und du bist der Nächste Nee Ja, klingt, als wäre Gin nicht alleine gekommen Na, klasse, Ingo Jetzt haben wir diese blöde Bitch noch länger an unserem Hals schon wieder Was ist das? Grims Eimerköpfe kämpfen gegen den Schwarm Mann, hätte nicht gedacht, dass ich mal für die Dibis bin Das ist eigentlich der Nächste Das muss reichen Das muss reichen Das muss reichen Der macht dich stärker Nein, die diskutieren immer noch mit den Außerirdischen Oh Immer meine Sniper, bitte Weiß nicht, ob das ein bisschen was gebracht hat, aber vielleicht Oh, scheiße Ladelhemmung Ja, dann wirf mal und laber nicht rum Okay Boah, du Deckungshäuern, man Schießt hier jetzt auf mich Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Möglichen Fallskontakt entdeckt Jetzt schießt nicht auf mich Alter, willst du mich verarschen? Versuchen euch zu helfen Die Roboter sind da nicht ganz frisch in dem Ich denk das waren alle, vorerst Dann gehen wir zum Funkturm So langsam sollte die Alte es endlich mal raffen Dass wir nicht die Bösen sind Und sondern dass sie uns vielleicht mal helfen sollte Mit ihren blöden Dingern Langsam geht's mir ja auf den Sack, Alter Die Alte ist so dumm, ja Die glaubt Jetzt ganz ehrlich, das nervt einfach Geht's denn hier hin? Darf ich nicht hin, okay Es kann nicht sein, oder? Jetzt ganz ehrlich, die Alte rafft auch nichts Hey, na los, öffnen wir die Tür Ja? Da ist er, Funkturm, geradeaus Jaja, gleich Was ist mit Jinspot passiert? Ich glaube, die Stacheln des Springers Haben ihn erwischt Wie geht das denn? Ein bioelektrisches Feld? Oder entspannungsgesteuerter Ionkanal Oh, klar Ist natürlich logisch Ach ja Ja, sonst haben wir hier nichts, Leute Komm Komm Ach, versperrt Such deinen anderen Weg Hab sie Oh, nee, 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 nee Und dann, dann leg ich die weg Und... Nein So, hätte ich das dann gerne Das ist doch cool Hier mal so eine MP Ja, warum nicht Macht wahrscheinlich nicht viel Schaden Aber... Vielleicht etwas effektiv Gehen wir mal hier lang Ja, ich liebe es Spaghetti Ach ja Ach... Ach... Ah... Ah... Meins, 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 meins Okay, vor uns befindet sich eine Fabrik Gehen wir da hin Ah ja Wenn hier schon überall Musik... äh... Munition liegt, dann weiß ich genau, was uns gleich erwartet Action Oh, das Ding macht doch... Ding macht doch ganz schön viel Schaden Mega gut, die Waffe Ja Leute, hier ist ein Sion Passt doch auf Deckung Deckungssfalle Scheiße Nein, Mädels Ja, bitte Deckungssfalle Die Waffe ist richtig gut Die Waffe ist richtig gut Jetzt komm Entschuldigung Die Waffe ist richtig gut Däug Erst Die Waffe ist richtig Ja, überhaupt nicht Ich hab total Eure Ich habe ein bisschen Däug Wo ist der Wichser? Da oben. Den macht echt mega viel Schaden. Oha. Okay, jetzt hab ich die Schnauze voll. Ah ja, komm her. Scheiße, ich hab ein Problem, ich hab ein Problem. Scheiße. 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 Ja, dann komm schnell. Ah, fuck, da wusste er, was ich tue. Helf mir doch jetzt! Ach, jetzt sind wir tot. Das kann der Frauenalter, dieses Scheißvieh. Ja, letzten Kontrollpunkt lang. Ach ja, so ist das hier. Einfach mal sterben. Ja, dieses Scheißvieh, die früher ausschalten müssen. Das ist für mich. Nest! Kümmert euch um sie! Eine Drohne! Zurück in dein Loch! Hey, da sind noch mehr! Für mich! Leute, hier ist ein Scheiß! Zurück in den Deckung! Kampsohren! Deckungsweiler! Keine Muni! Letzter hoch! Deckungsweiler! Zurück im Kampf! Haffi! Für mich! Beladen und entsichert! Ja, wo ist der Wichser gestorben? Das ist nur so eine dumme MP! Scheiße! Ich brauche eine andere Waffe! Ah, Fax! Das Neck muss weg! Seien im Anmarsch! Er ist stärker! Werfe Granate! Das war Scheiße! Das war Scheiße! Er muss sterben, Mann! Einen haben wir! Oh, fuck you! Oh! Lachen! Werfe Granate! Nein! Och, Mann, ey! Ballert doch da mal mit drauf, ihr blöden Hühner! Yeah! Diese zwei Viecher machen mich nabeln! Hey, vor uns befindet sich eine Fabrik! Gehen wir da hin! Hab sie! Ja, kommt! Dann nochmal! Jetzt aber hier ein bisschen konzentrieren! Eins! Pass doch auf! Deine Brune! Komm schon, du bescheuertes Scheißstück! Sie ziehen nicht zu... Hey! Da sind noch mehr! Das muss reichen! Leute, hier ist der Sion! Rückzug geht in Deckung! Haben wir einen Schuss! Dunkeln! Hoch mit dir! Granate raus! Oh yeah! Geladen und entsichert! Was ist das denn? Ne, da ist noch einer. Boah, den hab ich ja auch. Der macht die Stärke! Der macht die Stärke! Verstanden! Verstanden! Na, leer! Das war's, Scheiße! Scheiße! Habe ich mir jetzt diese Scheiße-Waffe dann nicht genommen? 1-Ding! Oh ja! Der kommt schwer! Für mich! 2-Ding! 2-Ding! 3-Ding! 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 4-Ding! 2-Ding! So, einen haben wir! 1-Ding! Oh, fuck. Was jetzt? Was? Alles sicher. Gehen wir in die Fabrik, bevor noch mehr von denen kommen. Okay. Okay, die weg. Und ich hätte gerne die. Dankeschön. Leckt mich am Arsch, Leute. Jetzt ganz ehrlich. Leckt mich am Arsch. Das war übel. Das muss ich euch ganz ehrlich sagen. Da habe ich jetzt ganz schön rumgegimmt, aber auch. Aber es war echt übel. Ich sage damit erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt hier bei Gear of War 4. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.